Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder, weiter geht's mit euren Vorschlägen und ich muss ganz ehrlich sagen, auf den Vorschlag hab ich mich mit am aller, 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 allermeisten gefreut. Wirklich, auf den Vorschlag war ich mega gehypt, weil ich find die Reihe sehr cool, sehr, sehr cool und ja, heute gucken wir uns Grand Theft Pepper 3 an und hier sag ich von Anfang an direkt, auch für die Leute, die vielleicht vor meiner Reaction das Ende immer skippen, ich weiß, da laber ich ein bisschen viel, diesmal sag ich das von Anfang an, geht bitte, geht bitte auf seinen Hauptkanal, wie immer werde ich ihn ganz oben verlinken, ich werde auch das Originalvideo ganz, ganz oben in der Beschreibung verlinken, ich werde es auch einfach diesmal so machen, dass ich einfach seinen Name auch mit in der Beschreibung, äh im Titel, im Videotitel mit verlinke und was mir schon mal aufgefallen ist, was mir jetzt schon mega krass gefällt, sogar 60 FPS, 720p, das ist richtig geil und sogar 60 FPS, was ich glaube bei Pepper jetzt nicht so viel ausmacht, bei der Serie, also da sind ja nie so viele Bilder pro Sekunde, aber trotzdem, also das gefällt mir schon mega und ja, die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer unter 18 Jahren geeignet, also wenn das, ähm, wenn hier das geistige Alter reinzählen würde, weil ich bin 12, ähm, wäre schon draußen. Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Ist nicht für Zuschauer geeignet, ja, gut. Achso, ja, gut. Das ist ein guter Herr, verlinke ich ihn. Alter, ich muss, ich muss ja jetzt schon sagen, ne, mir gefällt er jetzt schon, also, was für eine Arbeit, ne, ich sag's immer wieder, was für eine Arbeit hinter solchen Projekten steckt, allein schon könnte man als Original, ähm, Trailer, Fachkond für, äh, GTA 6, wenn's Malkemann rauskommt, benutzen. Hahaha, das ist so geil. Hahaha, oh krass. Ah lol, guck mal. Seh, guck mal, hier oben links, ich seh da meine Maus nicht, weil ich meine Maus immer nicht aufnehme, aber guck mal, hier oben links steht sogar, äh, Quentifte, äh, Peppa, das ist ja cool gemacht. Quentifte Auto 4, ey, nicht schlecht, nicht schlecht. Godzilla, äh, Kong. Aber ey, komm, nicht schlecht gemacht. Ja, auch so was achte ich, immer. Als ob, ey, hahaha, es ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, ah, wie geil ist das denn, als ob ich das hier bin, haha, wie cool, hahaha, oh, das, ey, das find ich mega, also, das find ich übelst cool, ne, das find ich jetzt mega, 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 mega. Vielen, 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 vielen Dank, dass du mich hier oben verewigt hast, ähm, auch wenn niemand mein Kackface sehen will, aber find ich ja mega cool, haha, vor allem, wie man hier meinen Hintergrund sieht, haha, ah, geil, ey, das war ja echt cool, haha, geil, ey, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ich denk's doch nicht falsch an, auch so, ey, haha, geil. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief! Einfach weiterfahren, also, haha, ich würd einfach weiterfahren, haha, haha, warte mal, was, was hat ein Tanzverwalt, was sind denn das, sind das Kornflakes? Oder ist das ein Getränk? Das ist ein Milchgetränk, ne? Schwambi-Boy, ne, das sieht aus, hier, nach seinem Abgang, ne? Fuck you! Das könnte ich sein, haha, einfach weiterfahren, hat keiner gesehen, hört auch keiner. Das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Jo, Junge! Aber wie geil ist das denn? Das ist ein Überfall! Äh, ja, äh, nehmen Sie doch einfach die gesamten Einnahmen von heute mit, ja? Ein Euro. Okay. Ah, geil. Okay, okay, sorry, aber, sorry, haha, Alter, muss ich nur nochmal angucken, ey, das ist so geil, ey, das ist richtig cool geschnitten, ey, Respekt, coole Idee. Das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Ja, Junge, das ist ein Überfall! Äh, ja, äh, nehmen Sie doch einfach die gesamten Einnahmen von heute mit, ja? Mein Geil! Mein Geil! Mein Geil! Mein Geil! Aber richtig gut geschnitten, ey, Respekt, ey! Mach ich auch mal gelegentlich, ne? Einfach nie anrufen, also einfach mal, so, ne? Einfach umlackieren das Auto, ne? Wenn die dann sagen, ah, hier sind rote Spuren, rote Kratzer, ne? Ich habe kein rotes Auto, also gucke hier! Mein Auto ist... Pink! Das ist nicht rot! Scheiße, Mann! Wie scheuer das ist... Der Alarm für Cobra, ey! Oh Gott! Off-Bang, das ist nicht rot! Das ist, falls jetzt wirklich so... Das ist dann... Das ist dann wirklich so... Das ist dann wirklich so... Das ist dann wirklich so dicke, der Hand ist okay Ha 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 ha! Ich überlege gerade, habe ich das nie bei Grand Theft Auto Pepper 2 gesagt, wenn man ein Dosenwort klaut, da kriegt man gleich vom Stern, ich weiß es schon gar nicht mehr, aber das ist halt so geil, das ist halt so geil gemacht, das ist halt so unfassbar geil, das ist halt wirklich so die Gitar-Logik, wirklich, scheiße. Oh fuck, okay, das hat mich jetzt gekillt, ey. Oh scheiße, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, ey. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Oh scheiße. Das ist so, das ist so geil. Scheiße. Boah. Geh. Dochам. Es ist halt so... Es ist halt so. Jeder GDA Spieler, jeder GDA Spieler kennt diese Generation, wirklich jeder GDA Spieler. Ah, schön. Ohohohohohoho. Pah, Leute, du Scheiße, mach die... Oh, nee. Oh, nee, mach das Kacke, nicht weg. Was ist denn das, ey? Das ist ja eine Krankheit. Zum Beispiel schon, dann kriegst du halt nur Dislikes, aber ich finde also vielen, vielen Dank, so geil. Boah, Alter, ich kann nicht auch mehr, ich kann nicht sehen. Oh, war das geil, oh, scheiße, geil, also meine absolute, aber obwohl ich sagen muss, das fand ich halt auch mega lustig, das fand ich auch richtig gut geschnitten, richtig, richtig geil, aber das fand ich halt, das ist halt, das sind halt so ein übelst stumpfer Witz, ne? Das ist halt, aber das ist halt wirklich so, man klaut halt so ein Todsbrot, so ein GTA, man kriegt gleich so fünf Sterne, wer ist, man kommt auf die meistgesuchte Liste, so FBI sucht dich und wenn die dich haben, erschießen die dich, weißt du, man könnte ja, so erstmal so reden, so von wegen, so, ähm, pass mal auf, war jetzt nicht so gemein, das mach ich nie wieder, ne, wie knall dich da ab, ey? Ah, scheiße, ich, ich, äh, äh, ich finde die Serie, oh, bitte, 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 bitte mach weiter, ey, das ist so einer, ey, das ist so, ich, also ohne Scheiß, ich werde dir definitiv da helfen, dass ich irgendwie, ähm, ich, also wenn ich darf von dir aus, du musst natürlich sagen, äh, dass ich unaufgefordert definitiv auf, äh, die Videos reagiere, und ich hoffe natürlich auch, ähm, dass du, ich weiß, da steckt mega viel Arbeit drin, mega viel Arbeit, aber bitte, bitte, bitte mach mit der Serie weiter, weil ich finde die so unfassbar geil und ich finde, das sind so, mal was ganz Neues, mal was YouTube-Kacke angeht, was ganz, 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 ganz Neues und mal wirklich mal frischer Wind und wirklich, muss ich sagen, also von Schnitt her und von Ideen her, richtig, richtig geil, alle schon hier, ähm, was die meisten YouTube-Kacke-Videos ja gar nicht haben, aber alle, alle schon, äh, der, der, der Dings, ne, der, ähm, Trader, wie nennen, Intro, 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 danke, alle schon so, der, der Intro, und hier so, finde ich halt so übel, außer jetzt meine, finde ich so cool, könnte man jetzt wirklich so GTA 6 jetzt hier hinschreiben, ne, was nie rauskommen wird, ich weiß, sie verdienen einfach viel zu viel nur mit GTA 5, so, äh, hier mach ich mal ganz kurz nur, weil ich will mich da, da bin ich hässlich, selbst in schwarz-weiß, und das finde ich halt so cool gemacht, so cool gemacht, also bitte, bitte, bitte mach, äh, das Projekt weiter und guck definitiv auch die anderen Videos von ihnen, äh, an, ich werde, äh, seinen Namen einfach, ähm, mit dem Titel verlinken und, ähm, in hier, Videobeschreibung, ey, das Video hat mich voll fertig gemacht, hier in der, äh, Videobeschreibung, äh, findet ihr das Original und, ähm, ja, wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkultativ in der nächsten Aufnahme, ähm, war sehr, sehr geil, war echt richtig, richtig, richtig cool, und, ja, bis zum nächsten Video, haut rein und tschüss!